Justin, wir haben ein Problem. Wo bitte geht's zum Südpol? Schauen wir uns dieses tolle Bild mit Sternenspuren an, das durch eine Langzeitbelichtung an einer Sternwarte in Chile gemacht wurde. Da sich Chile auf der Südhalbkugel befindet, zeigt es den Himmel rund um den Südpolarstern namens Polaris Australis. Jetzt kommt das Problem. Wohin muss sich das Teleskop der Sternwarte richten, um Polaris Australis zu sehen? Klar, nach Süden. Also zum großen Eiswall hin. Aber was passiert, wenn ein Beobachter in Kapstadt und ein weiterer Beobachter in Sydney ebenfalls nach Süden schauen? Wie können sie ebenfalls den Südpolarstern sehen? Ich bin schon sehr gespannt auf die Erklärungen unserer Freunde von der flachen Erde. Lasst uns gemeinsam weiter am Ball bleiben. Und vielen Dank für die Aufmerksamkeit.